Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Abschlussprüfung 2014 A1. Gegeben habe ich die Streckenlänge A, B, B, C und den Rotationskörper mit einem abhängigen Winkel Phi, der hier P1CB genannt wird, also der, der hier gelb markiert wird. Als erstes geht es um die Intervallgrenze. Nun, der Winkel Phi, der darf nicht 0 Grad sein, weil sonst wird PN auf B liegen und das geht nicht. Aber PN, damit die Dreiecke entstehen können, darf bis zum Punkt A gehen. Und das ist meine obere Intervallgrenze. Was ich hier also machen muss, ist gerade mal den Winkel ACB berechnen, den hier oben. Also wenn quasi der Punkt PN bis zum A geht, dann ist der Winkel Phi doch genauso groß wie der Winkel ACB hier. Und den kann ich berechnen über den Tangens, weil ich Gegenkathete und Ankathete bezüglich dieses Winkels gegeben habe. Also ist die obere Intervallgrenze für mein Phi 39,81, wenn ich das hier berechne. Nun soll man den Rotationskörper für eben dieses Dreieck bestimmen. Wenn dieses Dreieck rotiert, dann entsteht ein Kegel. Kegel bedeutet ein Drittel mal den Radius mal Pi mal die Höhe. Den Radius PNB, den habe ich nicht, aber die Strecke PC habe ich. Wie komme ich jetzt auf den Radius PNB? Nun, da habe ich mal einfach den abhängigen Winkel genommen. Wieder den Tangens von Phi, der ist Gegenkathete durch Ankathete. Ankathete ist in dem Fall 3. Das heißt, ich setze hier die 3 cm ein, bringe sie nach links und habe PNB in Abhängigkeit von Phi berechnet. Kann das hier oben einsetzen. Dann entsteht ein Drittel mal, und ich habe jetzt schon das Quadrat hier mit berücksichtigt, 9 mal Tangens Quadrat Phi mal Pi, bleibt bestehen, mal BC sind 3 cm. Nur, ich habe diese Zentimeter Quadrat von, oder Quadratzentimeter vom Radius und die Zentimeter von der Höhe jetzt schon zusammengefasst und hinten hingeschrieben. Jetzt geht es nur noch darum, zusammenzufassen, und da kann ich 3 mal ein Drittel einfach mal weglassen, dann bleibt genau der mittlere Term stehen, 9 mal Pi mal Tangens Quadrat Phi. Und schon habe ich das Volumen berechnet. Bei der 1,3 soll man jetzt herausfinden, für welches Phi das Volumen 6 cm³ hat. Und das heißt, ich setze mein Volumen gleich 6 und löse dann nach Phi auf. Als erstes habe ich durch 9 mal Pi geteilt, dann muss ich die Wurzel draus nehmen. Tangens Phi ist die Wurzel aus 6 durch 9 Pi. Und jetzt muss ich noch den inversen Tangens davon ziehen, dann kommt es raus. Kann man übrigens auch mit dem Soll verlösen. Das war es von meiner Seite. Und jetztessä Magazine even